Zu den persönlichen Sachen, also der Fahrerausrüstung, da werde ich immer gerne gefragt und bisher habe ich mich da zurückgehalten, was ich denn da so anhabe, weil wie gesagt, meine Vorgehensweise ist immer, ich fange mit irgendwas an und wenn ich feststelle, das ist nicht gut genug, erst dann rüste ich auf. Es gibt andere, die fangen von oben an, die nehmen nur das teuerste. Ja, das ist Geschmackssache, wie man es macht. Also wie gesagt, ich gehöre zu denen, die machen Step-für-Step, kommen nach oben, bis es reicht und mit dem gesparten Geld, mit dem gesparten Geld, da kann man natürlich wunderbar reisen, für Benzin, für Übernachtungen, einfach für Erlebnisse. Da gebe ich es einfach lieber aus als für Hardware. Hardware nur das Nötigste. Und auf dem Weg mit dem Verbessern der Hardware, da macht man ja so einige Erfahrungen. Also, was trage ich? Zunächst einfach lange Unterwäsche, Ski-Unterwäsche, lange Unterhose, langes Unterhemd, lange Socken. Warum ich das mache? Nun, das mache ich seit über 30 Jahren. Ich war ja früher Redakteur beim Motorradmagazin bei Mo und da sind wir auch auf Rennstrecken gefahren und der Punkt war einfach erstens das Thema Sicherheit unter so einem Ledereinteiler. Da verdreht sich nichts und reißt uns keine Haut weg vom Fleisch. Deshalb diese Ski-Unterwäsche. Aber das zweite ist einfach der Komfort. Wenn es da draußen 30 Grad und mehr hat, so wie heute, es ist wahnsinnig schwül, es ist fast wie in einem Truppen, dann schwitzt man einfach viel weniger und das Zeug bleibt trocken und man kriegt keinen Zug. Also, ich finde es total angenehm. Und auf Reisen ist der dritte Vorteil, abends schnell durchwaschen, über Nacht trocknen, lassen es am nächsten Tag eigentlich trocken. Was trage ich dann über den langen Sachen? Als erstes dieses Teil. Ihr seht den Namen des schwäbischen Herstellers. Das ist so eine Protektorenweste. Die hat keine Ärmel, die ist aber unheimlich stabil. Die hat hier hinten nicht nur was dran, das lang genug ist, sondern jedoch seitlich. Da ist es hart, da ist es hart. Also, aufgerüstet, nachdem ich mir die Rippen angeschlagen habe beim Beta-Alp fahren vor ein paar Jahren. Also, dann wird Geld investiert. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Teil. Ob dieser Art Nierengürt, der schon ein Berg warm bei 30 Grad, weiß ich nicht. Ich glaube, ich lasse den drin. Aber so ganz 100 Prozent glücklich bin ich nicht sonst. Toptal. Warum ich die Orthema ohne Ärmel gekauft habe und ohne Protektoren da drin, nur ganz einfach. Ich hatte schon welche. Ich habe mich ja damals in England, Vater, Freunde, eingedeckt. Das entspricht ungefähr Stand Protektoren Dainese 90er Jahre. Also außen abweisend, innen minimal gepostet. Und das macht man einfach über zwei Klettverschlüsse. Das hier, die zwei Teile gehen um die Ellbogen rum. Die zwei Teile, die gehen um die Knie rum. Auch hier wieder hart. Das ist letztendlich Dainese. Das ist nichts Überragendes. Aber ich fahre ja auch kein Cross, sondern bin beim Enduro-Wandern. Reicht seit Jahren völlig aus. Danach schlüpfe ich in eine Hose. Ganz am Anfang hatte ich eine Hose aus England von Wolfspot. Aber die riss immer und zwar jenseits der Naht. Und meine russische Olga, die Schneiderin, die konnte das nicht mehr reparieren. Also das Zeug war einfach bescheuert. Und ich habe dann auch nie wieder was aus E-Mail gehört. Da habe ich mal ein Video drüber gedreht. Hat mich ziemlich geärgert, wie man da in England behandelt wird. Auf jeden Fall habe ich dann was in Nürnberg selbst gekauft. Da kann man nämlich beim Motorrad taff das Ganze anprobieren. Und meine Vorgabe war, ich muss mich bewegen können. Ich fahre ziemlich obeinig auf den Maschinen und ich bewege mich sehr stark aus der Hüfte raus. Und das muss einfach unten weit genug sein. Und das ist jetzt ein, was ist das überhaupt? Ah, Revit. Revit ist glaube ich Holland. Die ist sehr beweglich. Die hat hier Lüftungsschlütze und ein paar Öffnungen. Ist also nicht ganz so heiß. Und was ich auch angenehm finde, die hat innen so eine Art Leder, dass ich mich ein bisschen am Tank festhalten kann. Gerade bei so einem dicken Tank wieder dran soll. Das ist ganz praktisch. Was ich noch hingemacht habe, ist ein Hosenträger. Freunde haben gesagt, kannst du den von Louis kaufen? Der ist pumpt wohl gut. Und der behält einfach seine Form hierbei. Und ich muss die Hosen nicht immer komplett bis in den Schritt hochziehen. Die werden durch diesen Hosenträger wunderbar gehalten. Also ich bin ganz glücklich mit dieser Kombination und ich kann mich bewegen. Und die habe ich jetzt seit, ich glaube, eineinhalb Jahren. Und ja, schöne Hose. Aber klar, wesentlich teurer als das Teil aus England. Die Stiefel. Ja, Stiefel sind immer ein Kompromiss. Wie ihr seht, das sind sogenannte Trial Stiefel. Die sind hier vorne, also nicht mit einer Stahlkappe. Die haben auch hier keine Stahlkappe. Die sind hier unten nicht 100% super stabil. Aber dafür kannst du gut gehen und du spürst auch Sachen. Und die sind auch hier beim Abknicken. Es ist, ja, es ist deutlich stabiler als ein sogenannter ADV Adventure Stiefel. Deutlich stabiler. Aber ein grosser ist halt noch mal besser. Und die haben hier eins, zwei, drei Schnallen. Die lassen sich wunderbar einstellen. Die haben hier vorne irgendwas, falls man im Unterholz an irgendwas gerät. Ich fahre die Stiefel jetzt seit fünf Jahren. Ja, genau diese Stiefel. Und die heißen Reiners, kommen aus England. Und die sind relativ günstig. Gekauft habe ich die bei Kivo. Das ist in der Nähe von Heidelberg. Das sind so Trial-Experten. Und die Schuhe selber sind nicht wasserdicht. Aber die lassen sich hier mit so einem Fett gut behandeln. Und, naja, ich bin im letzten Herbst von den Pyrenäen, der letzte Tag zurück zwischen Heilbronn und Nürnberg. War stark Regen, wie ich den noch nie erlebt habe. Also ich bin mit teilweise 50 praktisch allein über die Autobahn gefahren. Natürlich sind die hinterher durch. Aber da ist alles durch. Von daher, es funktioniert im Alltag sehr gut. Und wenn nicht, wenn es in Rumänien wahnsinnig regnen sollte, habe ich diese Sealskin-Socken dabei. Und ich hoffe, dass die mich dann retten. Aber ansonsten, das sind gute Stiefel für einen sehr guten Preis. Kommen wir zur Jacke. Es gibt ja immer Leute, nach meinem Kommentar über die Hose, haben viele geschrieben, ja, wer billig kauft, kauft doppelt. Na, das sind immer gescheite Antworten. Super. Also, mit der gleichen Lieferung, wie zum Beispiel die Protektoren für Schienbein und Ellbogen und der Hose, dieser Formaldeiten, habe ich auch diese Jacke gekriegt. Und ich sage nur, die fahre ich seit fünf Jahren. Und die bewährt sich. Die ist einfach weder zu leicht noch zu schwer. Die hat schöne Taschen, hier an der Seite. Ich kann die ein bisschen enger machen. Ich kann hier was reintun. Ich kann auch die Ärmel verstellen. Ich habe hinten noch was zum Reintun. Ich habe hier noch Belüftungsschlitze. Das ist eine billige Jacke, ja sicher. Da ist kein, nirgendwo Protektor drin. Aber ich habe ja andere Protektoren. Also insgesamt, muss ich sagen, für das wenige Geld, ich glaube, das hat irgendwas um 40 Euro gekostet, kann ich gut damit leben, wenn man, das ist jetzt entscheidend, wenn man bei 30 Grad im Sommer damit fährt. Oder bei 20 Grad sportliche Sachen macht. Oder bei 10 Grad relativ sportliche Sachen. Also ich habe die auch im Winter gerne an, wenn ich hier im Nürnberger Umland zum Trainieren gehe. Also insgesamt eine sehr günstige Gelegenheit gewesen. Und wer behauptet, wer billig kauft, kauft doppelt, na da muss man halt auch Äpfel von Birnen unterscheiden. Also dieser Jacke würde ich sagen, ist voll in Ordnung. Aber schon klar, für 200, 300, 400 Euro mehr kann ich natürlich was Besseres kaufen. Und das zum Beispiel wasserdicht ist. Das ist die Nämie nicht. Das nächste, was ich mir dann anziehe, ist ein sogenannter Buff. Ein ganz leichtes, dünnes und sehr gut waschbares Tuch. Das trage ich unterm Helm. Warum mache ich das? Nur ganz einfach, das Ding ist über Nacht sehr schnell rausgewaschen. Das trocknet sehr schnell. Und das nimmt einfach Schweiß auf, das nicht im Helm drin ist. Deshalb trage ich gern solche Tücher. Das hier ist der Helm, den ich auf der Transalp trage. Hier vorne ist meine GoPro installiert. Um die geht es jetzt nicht. Ich habe hier folgendes. Ich habe hier einen praktisch Vollvisierhelm. Das ist ein nicht abnehmbares Kinnteil. Das ist groß und stabil und es schützt mein Kinn. Ich habe hier ein volles Visier. Das heißt, ein Steinschlag erwischt mich hier nicht. Was ich noch habe, ist hier, hier sieht man es, ein Sonnenvisier. Das kann ich hier runterklappen. Und wenn es sehr hell wird, und das ist im Sommer hoch wahrscheinlich, dann werde ich gut geschützt. Über das Ding hier oben, da kann man geteilter Meinung sein, das gehört ja wohl offensichtlich zum Offroadfahren dazu, habe ich von vielen gehört, ich bin nicht sonderlich glücklich, weil bei höheren Geschwindigkeiten, über 100, liegt das halt schon im Fahrtwind. Ich kriege keinen Matsch ab. Ich fahre ja kein Motocross. Und der einzige Vorteil, den ich sehe, ist, abgesehen vom verwegenen Äußeren, ist, wenn es abends dunkler wird und die Sonne tief steht, dann kann ich den Kopf ein bisschen neigen und habe mehr Sonnenschutz. Also dafür lasse ich es mir angehen. Aber ansonsten, naja, und natürlich kann ich hier auch Lüftungsöffnungen öffnen. Und da kommt ein bisschen mehr rein. Dieser Carberg-Helm, wie heißt der? X-Trace, den habe ich seit einigen Jahren. Ich bin recht zufrieden damit. Warum? Der Carberg, auch da wieder, hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist ein guter Helm zu einem sehr guten Preis. Also mir passt er. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für jeden Helm. Er muss auf deinen Kopf passen. Und darum probieren, probieren, probieren. Und der Rest, den entscheidet dann halt der Geldbeutel. Na klar, ist ein A-Rei-Helm deutlich teurer. Ist er so viel besser? Weiß ich, weiß ich nicht. Auf meinen Helm, dieser A-Rei-Helm passt auf meinen Kopf natürlich noch etwas besser. Aber das ist es mir nicht wert, 500 Euro Aufpreis hinzulegen. Also mit diesem Carberg komme ich schon ganz gut zurecht. Handschuhe. Wichtig, ich nehme Sommerhandschuhe mit. Das sind hier ziemlich alte Dinger. Einfach, ohne irgendwas, kein Schutz drauf. Reine Lederhandschuhe. Die sind eingecremt x-mal jetzt schon über die Jahre. Die sind recht dünn. Die werden wahrscheinlich Rumänien nicht überleben. Darum habe ich noch ein paar andere dabei. Also Handschuhe, die die Protektoren oben haben. Falls mal die Äste dagegen schlagen. Sehr dünne Handschuhe. Und noch ein viertes Paar, die kann ich auswringen. Die sind so aus Textil. Wenn es komplett durchregnet, sind die eigentlich sehr angenehm, sehr dünn. Und ja, die saugen sich eben nicht so voll und werden nicht so schwer und unangenehm wie Lederhandschuhe. Aber das könnte für die hier die letzte Fahrt sein. Und ich habe die schon rausgelegt, weil das werden die ersten sein, die ich auf dem Weg von Nürnberg in Richtung Prag zum Autoreisezug trage. Und das ist eine reine Straßenanfahrt. Deshalb, diese ganz einfachen Straßenhandschuhe sind bumbo gut. Das war also im Kurzdurchgang meine Ausrüstung. Ihr seht, nichts Tolles, nichts Teures, kein Äthepetete. Aber die Dinger sind bewährt. Also letztes Jahr 14 Tage auf dem Weg in die Pyrenäen und zurück. Dort bei 50% Offroad. Und hier wird das das Gleiche in Rumänien auch machen. Und so fahre ich rum. Nichts Tolles, weil, wie heißt das schön, nicht nur Offroad, es geht auch Onroad. It's the rider, not the bike. Und auch nicht die Ausrüstung. Ja, man braucht schon ein paar Dinge. Aber die Konzentrierung, die wir, wir konzentrieren uns viel zu sehr auf Hardware, finde ich. Mein Gott, ein ehemaliger Journalist, der tausende von Hardware-Sachen getestet hat, sagt nach seinem Berufsleben, man konzentriert sich viel zu sehr auf Hardware. Trotzdem, da ist was Wahres dran. Wenn ich nämlich anfange, ein Musikinstrument zu spielen, brauche ich auch nicht das Teuerste, sondern ich muss in erster Linie üben. So ist es hier mit der Ausrüstung auch. Natürlich, man braucht eine Ausrüstung, aber es ist für einen Start und es muss nichts Hochgestochenes sein. Lieber mehr üben, mehr fahren, mehr erleben. Das ist meine Philosophie. Also, viel Spaß beim Mitfahren nach Rumänien.